Ich bin Königin Viktoria und ich werde heute am 24. Mai 200 Jahre alt. Zu diesem Anlass wird auf dem Blog der Urlaubsregion Coburg-Rennsteig ein Artikel über mich veröffentlicht, auf dem man viele interessante Fakten lesen kann, auch welche, von denen man vielleicht noch nichts wusste. Außerdem gewähre ich Ihnen einen exklusiven Einblick in meine privaten Tagebücher und Briefe im Rahmen einer Lesung auf Schloss Rosenau, dem Geburtsort meines Mannes Prinz Albert von Sachsen, Coburg und Gotha. Und wenn Sie hautnah miterleben wollen, wie sich die Liebesgeschichte zwischen Prinz Albert und mir entwickelt hat, dann kommen Sie im August oder September in eine der Vorstellungen des Musicals Albert und Viktoria, die Liebe des 19. Jahrhunderts, das im Schloss Ehrenburg in Coburg gespielt wird. Also kommen Sie nach Coburg und feiern Sie mit mir meinen 200. Geburtstag. Ich freue mich auf Sie. Ich freue mich auf Sie.